Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht habe ich eine neue Schürze und das kommt davon, dass mein Hälferchen oder Special Guest der Luca... Ich bin der Luca, der Bruder von der Lisanne und heute machen wir ein Kinder-Smoothie. Ja und ich habe... wen habe ich? Ah, ich habe den Pinky Bunny und du hast den... Sunny Bunny. Also wir brauchen... Dann die Tomaten. Äpfel, Nektarinen, Wasser, Himbeer und Erdbeer. Hier haben wir ein paar Himbeeren. Hier haben wir unsere Erdbeeren. Bananen, Minzenblätter und Melisseblätter. Hier haben wir Schokominze. Hier hinten haben wir die Hugo-Minze. Hier haben wir die Apfel-Minze. Hier haben wir eine Mojito-Minze. Hier haben wir noch eine Pfefferminze. Hier haben wir Zitronen-Melisse. Hier haben wir einen Honig-Melonen-Salbei. Und hier haben wir einen Cola-Strauch. Und das ist ein Zitronen-Limettensaft mit ein bis zwei Teelöffel Leinöl. Jetzt tun wir den Deckelchen auf. Den Deckel herunterschrafen. Und in Kindergläser füllen. Und wenn euch das Video von uns schmutzig gefallen hat, dann gebt es einen Daumen hoch. Tschüss! Und hier haben wir... Ihr萬元 ganz drei Teelöffel Leinöl. Vielen Dank.